Heute bei den TV Berlin Nachrichten CDU gewinnt die Wahlen in Nordrhein-Westfalen Grüne verdreifachen ihr Wahlergebnis Hertha BSC muss in die Relegation Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 16. Mai Die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst hat die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gewonnen Die bisherige schwarz-gelbe Koalition hat keine Mehrheit mehr Die CDU erhielt 35,7 Prozent der Stimmen Die SPD fiel auf 26,7 Prozent Die Grünen verdreifachten ihr Ergebnis auf 18,2 Prozent Die FDP fiel auf 5,9 Prozent Die AfD kam auf 5,4 Prozent Die Linke scheiterte erneut mit 2,1 Prozent an der 5-Prozent-Hürde Die Bundesgrünen können sich in Nordrhein-Westfalen eine Koalition sowohl mit der CDU als auch mit SPD und FDP vorstellen, sagte die grünen Bundesgeschäftsführerin Büning im ZDF CDU-Generalsekretär Mario Czaja sieht in den Wahlerfolgen von Daniel Günther in Schleswig-Holstein und Hendrik Wüst in Nordrhein-Westfalen keine Konkurrenz für Parteichef Friedrich Merz Er ist der starke Mann der Union, sagte Czaja in der Berliner Runde im ZDF Der europäische Streit um das geplante Öl-Embargo gegen Russland wird nach Einschätzung von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zeitnah beigelegt werden In den nächsten Tagen werden wir zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen, da bin ich sehr zuversichtlich, sagte Baerbock Die rapide steigenden Preise in fast allen Lebensbereichen machen den Menschen in Deutschland zurzeit mehr Sorgen als alles andere Selbst der Krieg in der Ukraine und die Corona-Pandemie stehen dahinter zurück Das geht aus einer repräsentativen Umfrage der Unternehmensberatung McKinsey hervor Die Preise im Großhandel in Deutschland sind im April mit Rekordtempo gestiegen Sie lagen um 23,8 Prozent höher als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte Das war der stärkste Anstieg innerhalb eines Jahres seit Beginn der Erhebung 1962 Für Fahrräder und Zubehör sind die Preise im vergangenen Jahr überdurchschnittlich stark gestiegen Die Nachfrage während der Corona-Krise sowie das wegen Lieferengpässen begrenzte Angebot trieben die Preise im Schnitt um 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte das Statistische Bundesamt mit Bei Flügen von und nach Deutschland gilt weiterhin die Maskenpflicht zum Schutz vor Corona-Ansteckungen Dies betrifft nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums alle Maschinen, die in Deutschland starten oder landen Beim Ein- und Ausstieg und während des gesamten Fluges sind FFP2 oder medizinische Masken zu tragen Die Verkehrsunternehmen in Berlin und Brandenburg wollen am 23. Mai mit dem Verkauf der 9-Euro-Tickets beginnen Sollte der Bundestag und Bundesrat diese Woche dem Vorhaben zustimmen Die CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus spricht sich für härtere Maßnahmen gegen Antisemitismus aus Der Rechtsstaat soll alle Möglichkeiten ausschöpfen, um den antisemitischen Hass und Hetze auf Berliner Straßen zu unterbinden, heißt es in dem Fraktionspapier Rund zwei Jahre nach der Entschlüsselung von Daten des Messenger-Dienstes Anchorchert hat die Berliner Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben bislang in 40 Fällen Anklage erhoben Mehr als 100 weitere Ermittlungsverfahren mit mindestens einem identifizierten Verdächtigen liefen noch, teilte die Behörde auf Anfrage mit 731 Fälle von Drohungen, Beleidigungen und Angriffen gegen schwule Männer, transsexuelle und lesbische Frauen sind im vergangenen Jahr von einer Opferberatungsstelle in der Hauptstadt registriert worden Das teilte das schwule Antigewaltprojekt Maneo heute mit Die Berlinale setzt die sommerliche Reihe der Open-Air-Kinos fort Ab dem 15. bis zum 29. Juni sind ausgewählte Filme aus dem aktuellen Programm unter freiem Himmel zu sehen Wie die Berlinale am Montag ankündigte Die Leipziger Buchmesse 2023 wird von ihrem traditionellen Märztermin in den April verschoben Dieser neue Termin bietet den sichersten Rahmen für die Veranstaltung, teilte der Geschäftsführer der Leipziger Messe, Martin Buhlwagner mit Nach mehr als zehn Jahren gibt es in Berlin und Brandenburg wie in den anderen Bundesländern erneut eine Haushaltsbefragung Dabei kommen Interviewer zu tausenden zufällig ausgewählten Haushalten Start der Interviews für den Zensus 2022 ist heute gewesen In Brandenburg werden im Rahmen der Personenerhebung rund 400.000 Menschen befragt In Berlin sind es etwa 300.000 Bundesweit sind es insgesamt 10,3 Millionen Beim 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga verlor Hertha BSC auswärts gegen Borussia Dortmund mit 1 zu 2 Mit diesem Ergebnis muss Hertha BSC in die Relegation, Gegner ist der Hamburger SV Union Berlin hingegen gewann zu Hause gegen den VfL Bochum mit 3 zu 2 und belegte damit den fünften Tabellenplatz und qualifizierte sich somit in die Europa League Der BFC Dynamo ist Meister in der Regionalliga Nordost Den Einzug in die Aufstiegsrunde sicherte ein 4 zu 2 Sieg gegen Altklinike In dieser Aufstiegsrunde spielt der BFC nun gegen den Meister aus der Regionalliga Nord um den Aufstieg in die 3. Liga Aktuell ist VfB Oldenburg Tabellenführer in der Regionalliga Nord Und damit zum Wetter Heute Nacht wird es bewölkt bei Tiefstwerten von 14 Grad Am Dienstagmorgen kommt es vereinzelt zu Regenschauern Ab dem Mittag ist es dann größtenteils dicht bewölkt, es bleibt aber trocken Die Werte liegen zwischen 13 und 21 Grad Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute Wir wünschen einen schönen Abend